Jaaa, Gemetzel! Achso, das war... Wer gewinnt? Wir sind die Stärksten hier! Verdammt! Jetzt wir beide gegnern! Achso, wir! Ich bin von Yoda angegriffen! Lass den Scheiß! Dann gehen wir jetzt in Gefangenen in der Wolkenstadt! Ja, okay. Ja, by the way, neue Folge Leo Star Wars. Wir haben nur jetzt schon mal eingeschaltet, weil das Gemetzel wollten wir euch zeigen. Ja, wie es da so aussieht, wie Kaito abkackt. Ey, ich war Chewbacca, ich hatte nur eine Waffe. Ich hab nur eine Armbrust, du hattest ein Laserfeuer. So, wenige Wochen nach Beginn seiner Jedi-Ausbildung bei Yoda, hatte Luke Skywalker eine Vision, in der seine Freunde gefangen von Darth Vader sind. Gegen Yodas Rat setzt der impulsive junge Jedi in seinem X-Wing-Kurs auf die Wolken statt. Dort hofft er Han Solo und Prinzessin Leia zu finden. In seiner Eile ahnt er nicht, dass Vader diese Falle in Wahrheit ihm gestellt hat. Ah, jetzt kämpfen wir in der Wolkenstadt. Auch schön. Ist sie interessant? Wie schön, ja. Im Hebel? Ja, ja. Also sie ist schon interessant. Da kann man aber bestimmt viel, viel runterfallen. Da kann man viel runterfallen, ja. Und auch viel zerstören und Stutz sammeln. Da müssen wir mal wieder den Vader Jedi schaffen können hier, endlich. Yeah. Zack. So, was geht ab? Ich bin lieber. C3PO glaube ich. Ja, X-Wing Stutz bist du. Ich geh mal mit den beiden da durch der Gendan. Guck mal hier, hier kann ich die Flügel benutzen. Ja, mach mal. Warte kurz, warte kurz, ich hab da einen blauen Stutt gesehen. Yes. Okay, da könntest du eigentlich rüberfliegen. Ach, du wolltest wohl in Führung gehen. Da könntest du rüberfliegen, da ist nämlich auch ein blauer. Ja, aber du wolltest wohl in Führung gehen. Das bringt nichts. Wo ist der blauer? Da drüben, auf deiner Seite, da. Da, siehst du das? Ja, da sehe ich. Da drüben. Flieg kleiner, flieg, flieg, flieg. Gut gemacht. Oh, jetzt aktiviere ich den Schalter dann. Wieso? Jetzt erscheint bestimmt eine Brücke und du kommst rüber. Wolltest du das? Das ist die Brücke da. Da kommt man nur durch, wenn man einen Kopfgeldjäger hat. Dann sind wieder diese Metallwände. Damit man den roten Stein, der dahinter ist, einsammeln kann. Für die, die das Spiel spielen und nicht wissen, wo der Stein ist. So als Tipp. Das ist natürlich auch jetzt schwierig, weil das kannst auch nur du machen. Siehst du das, das Ding da? Du musst einmal drum herum fliegen. Nein, 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 nein. Das bringt nichts. Äh, ja. Wir sind da nicht drin. Ja, aber das ist nicht drin, das ist draußen. Ach. Mann. Ja. Ich hab mir so fortmachen sollen. Ja. Ich weiß doch nicht. Wohin denn? Hast du gesagt? Du musst da rumfliegen. Um die Ecke drum herum. So. Flieg, flieg, flieg. Ja. Super. Jetzt komm zurück. Oder ich mach's einfach so. Dann bist du automatisch bei mir. Ja. Ach, Herzen. Ach, Power ab. Hier, hier, hier ab. Ah. Ja, das kann ich. So. Ja. Musst du das da drauf? Ja, ich muss das, weil du kannst nicht schieben. Schick mich mit. Du schiebst dich weg, anstatt mit. Ich kenn die aber betäubt. Ja, genau. Das heißt, sie reiben sich den Hintern. Das heißt, du kannst das doch bei Feinden machen. Ja. Gut. Das heißt, du kannst schon mal sie leben, während ich... So, ihr Pisser. Ich möchte euch das. Warte, guck mal. Wir schaffen es diesmal wirklich in den wahren Geden. Wieso? Hast du schon genug? Nein, aber wir können es diesmal wirklich schaffen. Guck mal, wie viel wir hier schon haben. Das können nur Kopffeldjäger, wie du siehst. Ja. Aber nur Zutritt zu diesem Bereich. Aber da hinten ist bestimmt wieder ich. Das bist du wieder, ja. Öffne mir die Tür, kleiner Freund. Aber Wolkenstadt ist das ja... Ich seh gar keine Wolken. Natürlich nicht. Da bist du jetzt gerade reingefallen. So, jetzt unauffällig. Undercover jetzt, als Stormtrooper. Oh nein. Undercover. Ja. Was denn? Ich hab' schon gesehen. Das bringt alles nichts. Okay, ich hab' ich nicht betont. Aber da ist mir was wieder hier. Jetzt kannst du... Ja, genau. Benutz das. Benutz das. Benutz das. Gut gemacht. Da muss er nämlich husten und kann sich nicht konzentrieren. Okay. Ja. Das kannst du nicht benutzen. Das können nur welche benutzen, die Beine haben. Ich hab' auch Beine, wie ihr hier seht. Nicht wirklich. Das sind Stumpen. Jetzt fahr da. Benutz das doch wieder. Ich muss ihn doch hier erst besiegen. Achso, ja. Und gestorben. Oh, du bist eine hilfreiche Müttenführer. Okay, okay, okay. Ich dachte, das bleibt aktiviert. Nein, nein. Das musst du mindestens dreimal noch machen. Wollen wir mich hier ein bisschen umgucken? Das musst du mindestens einmal noch machen. Mein Freund. Genau. Ging mal. Huah. Zack. Erwischt. Dreckiger. Warte, warte, warte. Aha. Ja. Das wäre gut, als hast du gewacht. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Sonst kommst du da nicht weiter gleich. Okay. Da unten sieht's aus, was auf der Plattform ist. Bleibst du. Bleibst du. Na. Mann. Hättest du mal stehen bleiben können. Ja. Hättest du mal stehen bleiben können. Ja. Ach, verdammt. Was ist denn das hier? So wird das nicht zu dir. Die Ware gehen nicht. So, hab ich dich. Hab ich dich, du Kleiner. Sieht aus, als ob da unten so Plattformen sind, ne? Was? Jetzt benutze, benutze dir das Gegebene. Da. Den Aktivierungsschalter. Das ist Stormtrooper. Du musst daneben, die Plattform. Achso, achso, achso. Hier? Ja, genau. Mach. Prima. Dann komm mal wieder zu mir. Grüber geflogen. Weil jetzt kann... Grüber geflogen! Nicht abstürzen! Ist es hier auch. Aber du musst auch schon drauf landen. Nein, da unten sieht das so aus, als ob das... Ist es aber nicht. Jetzt komm herrüber zu mir. Ja. Ist ja schwer hier drauf zu landen. Komm. Ich brauch erstmal meinen Helm wieder. Ach, du hast es im Helm? Ja, ich hatte gerade einen Helm. Was machst du denn da? Ernsthaft? Ja, gubeleid. Das bringt nichts. Du konntest das nicht. Können wir hier den richtigen Kopf haben. Es sah aus, als ob das an der Wand so angelehnt war. Warte, 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 ich helfe dir. Ja, muss auch. Nee, ich komm doch schon. Verdammt. Jetzt wollte ich den dann noch eben schnappen, den Kleinen. Wo hast du denn da hier rüberkommen? Ist doch ein bisschen... Ja, doch. Muss ich ja. Ich muss sie aufmachen erst. Er ist durch mich wieder geöffnet. Ach so, okay. Weil ich den Anzug habe. Da ist er! Detailer! Ja los, beeil dich doch mal! Der liegt ein Zart zu! Das bringt nichts. Der läuft weg. Okay. Das weiß ich ja. Ah, Mann. Ich dachte, wir wollten Spannend machen für die Zuschauer. Ja, genau. Als ob wir so live dabei sind und die wissen, was jetzt ist. Vor allem, weil du mich schon gefragt hast, wie oft hast du das jetzt schon durchgespielt? Ach ja. Scheiße. Ja, das wird nichts. Da brauchst du meine Hilfe für. Okay. Diesmal bist du auf mich angewiesen. Ja. Wenn ich das hier runter drücke. Jetzt kannst du rüberkommen. Ah! Hä? Entschuldigung. Ich muss ja drauf stehen bleiben, sonst bleibt das nicht unten. Komm her. Flieg. Flieg. Flieg kleiner. Gut. Und jetzt benutzen wir den Aufzug hier. Huh! Das ist. So. Dann aktivier mal. Hab ich schon da will. Blau. Oh! Das funktioniert bei das Reader nicht. Ja. 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 Herz ist wichtig. Jetzt haben wir die Steine auf ein. Blau ist sehr wichtig. Hab ich. So. Ich baue hier schon mal alles. Das ist der Herz. Was wir später brauchen. Brauchen wir später. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Hier ist auch Macht. Ja, ich weiß. Geh da weg. Jetzt verquetsch ich dich. Hoch mit dir. Aktivier den Schalter. So. Geh da schon was vor. Nee. Wieso ist das für, dass er runterkommt wieder? Ja. Gut gemacht. Komm wieder her. Das bringt nichts. Du musst auf die andere Seite hoch. Gut. Ja. So. Und jetzt komm mit. Ja. Komm mit. Ja. Komm mit. Komm mit. Und jetzt siehst du was du zu tun hast. Ja. Das ist nicht schwer. Komm runter. Da. Alte Asthmatiker. Ja. So. Und das vielleicht nochmal. Komm hier runter. Du weißt wie es läuft. Ja. Ich kann ja sowieso die nicht so. Du kannst dich aber killen. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Kann ich ihm schaden zu früh denn. Töten werde ich ihn jetzt noch nicht. Warte. 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 Ja. Da war mit dem blauen einen die ich verloren habe. Okay. Das sind die wichtigsten. Ja. Alles ist wichtig. Die Plattform ist ja nicht. Ach so. Wo ist das denn? Ja. Ich muss ihn jetzt zurückdrehen. Gut gemacht. So. Jetzt drehe ich das wieder hoch. So. Jetzt entscheiden wir das hier. Das müsst ihr jetzt schaffen. Zack. Wischt. Heigesau haut wieder ab. Das Wälder stirbt. Nicht. Nein. Natürlich nicht. Ist doch erst die fünfte Episode. Der kann doch nicht sterben. Na ja. Der sechste kommt doch bestimmt mal vor. Ja. Ja. Langsam. Langsam hast du es raus. Ah ja. Okay. Das muss ich wieder machen. Jetzt ist der letzte Entgegner. Einer der letzten. Ja. Du darfst dich auch nicht mitten im Weg stellen, mein Freund. Ja. Ich dachte du lockst alles ab hier. Ja. So. Du musstest eigentlich da rüberfliegen, ne? Ach so. Und da die Primia aktivieren. Damit die nicht mehr nachkommen, die Pisser hier. Ja. Den anderen auch noch. Das sind zwei. Da sammeln wir die blauen unterwegs ein. Die blauen Stutz. Was machst du denn da? Ja. Okay. Ich äh. Ich wollte ein bisschen. Ja. Ich hab schon geahnt was du willst. Ja. 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 Du musstest zurück? Nö. Nö. Ist okay. Du musst doch gleich sowieso wieder hin. Hätte ich gar nicht so brauchen müssen. Ja. Stimmt. Komm. Du kannst ihn auch töten. Diesmal hast du auch die Chance den Stornflug zu töten. Zack. Jetzt kannst du ihn töten. Weil du es kannst. Ah. Was zur Hölle. Was hast du getan? Was hab ich getan? Weil du ihn angegriffen hast, du dich rausgeschmissen. Was? Du musst deine Kagi töten? Nein. Die Stormtrooper. Nicht Darth Vader. Darth Vader kann nur ich. Ach so. Ja. Nimm das. Das musst du gleich nochmal machen, ne? Nee. Der ist doch tot. Nee. Hey. Der hatte Muleherz. Das hab ich gesehen. Ja. Ich weiß. Aber das musst du trotzdem gleich nochmal machen. Ja. Schneller. Yes. Ja. So. Dann muss ich ihn da noch durchschubsen. Wieso komm ich hier nicht durch eigentlich? Das tut mir jetzt leid. Das hast du mir absichtlich gemacht. Natürlich. Das hab ich gesehen. Ich hab eh schon genug Steine. Ja. Ja. Komm her du Sack. Ey. Wenn du mich nicht runtergeschubst hättest, dann hätte ich gewonnen. So. Okay, das war weiter. Ah. Du lässt mich hier einfach zurück. Äh. Hier wäre übrigens was gewesen, ne? Was hättest du einsammeln können. Nur du. Weil ich kann das nicht. Ich kann da nicht rüberfliegen. Prima. Tschüss. Ich hab zwar gesagt, was war mit Absicht. Was war mit Absicht? Was war mit Absicht, ne? Das stimmt. Kämpfe. 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 Wie oft hast du mich mit Absicht irgendwo runtergestoßen? Äh. Keinmal. Ja. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Ich weiß, dass hier... Oh. Hier war der Tod. Ne, musst du warten. Ne, ich kann ihn nicht. Ich hab ja keinen Helm mehr. Ich verliere den ja, wenn ich einmal getroffen werde. Ja. Kann ich hier eigentlich was zerstören? Weil du brauchst nur wenige Stutzsteine. Ja. Ah, meine Hand. Also meine gute Hand. Nein. Die brauchte ich noch für gewisse Dinge. Nein. Das kann nicht sein. Luke, ich bin dein Vater. Der berühmte Satz. Tschüss. Das hat er aber jetzt nicht gesagt. Luke, ich bin dein Vater. Doch, doch. Ist ja die Anspielung auch gewesen. Er hat mir das Foto gezeigt von sich und seiner Mutter. Ah ja, quatschen tun die eigentlich so. Ja, das ist Lego. Das einzige Lego, wo ich so bisher gequatscht habe, was ich kenne, ist ähm... Harry Potter, yeah! Nein, Harry Potter haben sie auch nicht geredet. Also so ist das, was ich gespielt habe nicht. Aber ich weiß, dass sie in ähm... Wie heißt das? Herr der Ringe! Ja, da auch. Und in ähm... Obwohl... Ne, das Herr der Ringe, das ich gespielt habe, haben sie nicht gesprochen. Aber in ähm... Ah! Lego Jurassic World sprechen sie. Okay. Weil da können sie einfach nicht das nur durch Zeigen erklären. Das geht nicht. Ja. Äh... Ja, okay, gut. Eine Episode schaffen wir noch. Na, wie viel Zeit ist denn? 15 Minuten 44? 45? 46? 47? Ist ja ihr sechstes Kapitel, ne? Jetzt müsste der Abschluss kommen. Episode 5. Das Imperium schlägt ins Aus. Zwei Kapitel in einem Part, ne? Kapitel 6. Verrat über Bespin. Nach der Niederlage der Rebellen auf Frost sucht Han Solo in der Wolkenstadt hoch über den Planeten Bespin Zuflucht. Sein alter Freund Lando Carician ist nun Baron und Administrator der selbstverwalteten Kolonie. Und so hofft Han auf seinen warmen Empfang. Auf einen warmen Empfang. Haha. Gay. Doch in dieser Zeit ein galaktischer Unruhen ist nichts wie er scheint. Hm. Ja, das ist Wolkenstadt. Nee. Lauf-Mission. Lauf-Mission. Okay. Laufen und Ballern. Ey, Carician, alte Socke, wie geht's? Ich bin mal gespannt, wer jetzt der Endgegner ist, ne? Hier, machst du die Seite. Ah, meine Schöne. Haha. Was? Die ist doch lieber mit ihm zusammen, ne? Ach, wo da? Bist du reif hier rum? Ja, du rät. Du rät. Wie war'n nochmal Kumpels. Haha. Na Schoki? Boah, was? Sag nicht, der ist verbrüht. Nee, schlimmer. Sah so aus. In Karbonit eingefroren. Oh. Das ist ein seltenes Metall, das in Bespin generiert wird. Glaube ich. Okay. Entweder Metall oder Gas, ich bin mir nicht sicher. Ich. Au. Du bist ein Leier. Komm mal, komm mal, komm mal. Du bist ein Leier. Hörst du auf mich zu hauen? Das sind meine Spezialitäten, die Schläge. Hey, das sind meine Einwohner. Hallo? Willst du die Einwohner meiner Stadt töten? Passiert wirklich. Und dann dann so fett töten. Ich bin auch nur in Panik. Kann ich springen, oder? Ja, natürlich. Ach so, hier müssen wir runtergerutschen. Kinders. Ach so, wir müssen die jetzt alle retten? Nein, wir müssen den verfolgen. Komm, 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 komm. Mann, schlaufe mich mal vor. Komm her. Komm mit, Leierchen. Ja, ist wie so ein Palast. Können wir das? Hier natürlich, die Wunschung ist auch so was ähnliches. Aber haben wir hier keinen für den wir das machen? 4-3-Pio-Warte. Warte mal. Wechsel mal zu Chewbacca. Ich will der mit seiner Armen rusten. So, du weißt, wie es geht. Schieß auf ihn. Schieß auf ihn. Schieß auf die Schlampe. Schuss auf. Ein nahenloses Feuergefecht hier. Lauf nicht weg. Kleiner, dreckiger. Warte mal, wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da ist er. Nein. Oh nein. Aua. War das nötig? Was denn? Du musst mich da schlagen. Wenn du da im Weg stehst? Ja. Was soll ich da machen? Diese faulen Ausgegen. Stirb, 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 stirb. Warte, hier ist irgendwo was. Ich weiß, dass hier irgendwas ist. Warte, 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 warte. Verdammt, das brauchen wir erstmal nicht so viel dafür. Den haben wir noch nicht. Wir müssen ja hier nochmal hin, zurück. Wir kommen hier gleich nochmal hin, komm mit. Vielleicht können wir fliegen. Ja, das Eisfalle hat, was sich mit mir fest ist, wow. Was? Au! Das hat weh geht. War nicht ich? Drei, wo war's das? Ich weiß hier dem Stormtrooper die Arme aus. Oh, eine Rakete. Sieht aus wie so eine Eisrakete. Das ist ein Generator. Weil die Stadt in der Luft hält, glaube ich. Wenn ich mich irre. Die ganze Technik von Star Wars habe ich sowieso nicht ganz auswendig drauf. Keine Ahnung. Aber das ist Slate One. Kennst du dich aus Star Wars und die Versum? Ja, relativ. Gegensatz zu eigenem Gewissen, die werden zu. Ja, stimmt. C3-Pilo, nee, R2-D2, stimmt. Jetzt bringst du mich völlig durcheinander. Ach du, kommst du auch schon durch der Gende? Ja. So, warte, warte, warte. Hier gibt's irgendwas wichtiges. Hier war irgendwas. Ich erinnere an mich. Hörst du jetzt mal auf zu versuchen mich zu grillen? Ja, nein. Ich kann dich zwar sowieso nicht grillen, dachte ich. Ja. So, komm jetzt. Wir brauchen dich jetzt um die Tür zu öffnen. Ja. Giftiges Glas. Was? Hey, ich bin auch nicht verstärken worden. Ja. Weil, dass du dich so da durchfahren kannst. Und du bist ja vom Gift nicht beeinflussend. War hier nicht noch so was mehr? Ja, ja, komm mit. Verweiter, verweiter. Wie, komm mit? Du folgst mir doch. Da, da. In diese Tür musst du. Da, da, da. Da ist C3-PO. Da kommst du nicht durch. Ach so. Aber den muss ich auch schon? Nein. Den musst du jetzt hier frei holen. Den musst du jetzt hier befreien. Weithalten und alles was im Raum ist, töten. So. Jetzt brauche ich erstmal das hier. Nicht die Bewohner töten, habe ich auch gesagt. Ja. Man langsam nervt die aber auch. Kannst du mal hier rausgehen? Wer? Ja. Ja, die Bewohner hier. Die hier immer unterbrochen reinlaufen. Gnadenlose Massenlöder. Was ist das jetzt doch günst? So. Nur wenn man unbedingt mal ein Leben braucht. So, da kommen die restlichen Teile von C3-PO. Dann bauen wir unseren Freund mal wieder zusammen. Sehr gut. Komm mit. Komm mal. Ich komme. Ich komme. Ich bin nicht so schnell. Ein Bein finde ich das so geil. Ich bin schon langsam genug. Das war so geil. Ja, toll. Oh. 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 Ach so. Oh. Gleich haben wir es geschafft. Vielleicht bin ich da. Oh. Und zuschießt du Arsch. Ja. Oh Dreckiger. Oh. Da hab ich wohl aus Versehen noch nie geschossen. Warte. Wir brauchen hier was. Ja, aber auch mit einem Schlag tot. Was ist die Stormtrooper? Nein, diese Perona. Ja, ja. Klar. Hat der auch ein Militär? Wenn man die alle am Ballern? Oder ist das nur bei dem... Das ist nur bei C3-PO. Und bei anderen Droiden seiner Art. Pass mal auf. Ach du willst fahren. Ja. Dann fahr. Wohin denn? Komm mit. Erstmal hole ich mir hier einen Helm. Okay. Du hast weiter irgendwo auf die Kiste da haben. Nur auf das ein bisschen. Sie ist weg oder? So jetzt brauchen wir erstmal Helme. Komm. Komm. Und fährt sich halt eben schneller. Wir gehen halt eben schneller durch den Gang durch. Komm. 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 Du bist in meinen Weg. So, Schubacke ist nicht ganz so schüchtern. Das schießt nicht wieder auf uns, sonst wird die Helmung wieder verlieren. Hast du schon wieder einen Arm abgeschleien, den armen Kerl? Ja, das wird halt immer so lustig. Yes! Aua! Siehst du schon wieder beide Arm? Ja, ich finde das war das Beste. So, äh... So geht das nicht? Geh mal näher da an den Abgrund, damit ich da Erzudizu aufnehmen kann. So. So nah an den Abgrund solltest du auch nicht gehen. Ja, das weiß ich auch. Ich hab das gar nicht gesehen, dass er da runterfallen hat. Dass der Aufzug schafft, damit es die 3PO und Erzudizu mitkommen können. Verweht sich hier. Ach, kommst du nicht durch? Wo ist jetzt die 3PO? Haben wir die jetzt mitgenommen? Wieso ist da immer so... Ey, das seht... Es ist die Wolkenstadt. Du hast selber gesagt, da kann man viel runterfallen. Ja, das stimmt. Ja, kann man. Du hast den Scheiß, das helfe ich dir nicht weiterzukommen hier. So, dann kann ich. Tschüssi! Ich glaub, wir haben es die 3PO zurückgelassen, ne? Kann das sein? Ach, wer braucht denn die Span... Ja, den brauchen wir jetzt. Ja! Okay, ja! Du bist der Idiot. Da ist er. Wegen deinem abgeschlagenen Bein hier. Hol mal den auch so wieder runter. Äh, was sollte das denn? Wie solltest du mich kennen? Das weiß ich doch nicht. Das war ein Stormtrooper hier. So. Deaktivier das, deaktivier das, sonst komm ich nicht weiter. Hallo. Deaktivieren, den Knopf betätigen. Ja, wie soll ich das denn deaktivieren? Den Knopf betätigen da... Mensch. Das kannst du ja auch gar nichts. Auf den Knopf drauf. Der da hinten ist. Auf den Knopf, der auf dem Boden ist. Ach so. Ja, ich komm da drüber rum. Was ist jetzt immer auf, dich dem scheiß Fließband zu nähern? Sonst komm ich hier gar nicht mehr weiter. Oh, oh. Gott sei Dank. Jetzt sagt bloß, wir haben erst wo dies wo wieder... Ach nee. Was ist das denn? Ja, warte. Er kommt automatisch jetzt, wenn ich den Aufzug runterlasse, oder? Hoffe ich doch? Ja doch. Furchtbar. Diese Ruinen. Du riechst mich auf! So. Hier ist ein bisschen... Nein! Nein Lea! Nein! Geh weiter! Geh weiter! Ach so. Du wolltest gucken, ob der C3PO da ist. Ja genau, du wolltest gucken, ob der C3PO da ist. Ja. Junge, ich will das Bein abschießen. Aufwand! So. Habe ich schon gemacht, okay. Jetzt muss ich ran. Kann man dich schieben? Ja. Menschen können das schießen, du musst aber die Türen da zerstören. Dann schieben eigentlich. Ja, du musst die Türen da die blauen. So. Jetzt kannst du das schieben. Einen von den beiden. Völlig egal. Hauptsache ich komm da wieder durch. So. 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 Ja, alles abballern. Ich hole mal lieber Geld. Ja. Wenn ich die Arbeit hier mache. Was denn? Boah, ist gut 24.000. Du bist wirklich Geldgeil. Ja. Wenn du runterkriegst. So. Warte mal. Wir haben was vergessen. Wir haben was vergessen. Ja. Kannst du dich mal verraten? Furchtbar mit dir. Komm mit jetzt. Lea Schätzchen. Das hier jetzt mal auf. Ja. Das hier. Wenn man alle diese Generaturen zusammenbaut bekommt und ein Miniketteil. Aber jetzt sind hier wieder aber nicht so. Ist ja nicht schlimm. Aber mit zwei Schüssen erledigt. So. Na. Wer ist jetzt der Geldgeil, der hier durchfüllt? Es wird nichts. Nebel. Dankeschön. Boah. Was war das denn? Ziger Nebel. Auf die Garten schon erklärt. Ja. Boah. Treffen keine Fahrzeuge. Du bist nur schlecht im Schießen. Ja. Das hast du auch verdient. Frauen. Ey. Hör das. Geld. 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 So. Stell dich nicht an. Hier. Stell dich hier drauf. Achso. Deaktiviert. Du musst erst da drauf gehen. Genau. Damit das da passiert. Dann müssen wir das gleichzeitig umlegen. Das funktioniert auch nicht. Hallo. Merkst du es noch? Knopf. Mann. Das ist doch das selbe Prinzip. Jetzt müsste eigentlich die Brücke auch. Ja. Genau. Da ist die Brücke. Wer will dich jetzt? C3PO. Äh. Erst vor diesem Morgen nicht. Hier brauchen wir die dunkle Macht wieder. Ah. Ja. So. Jetzt brauchen wir den Droiden wieder. Wieso kann ich keine Waffe ziehen, wenn ich dann neben dem stehe? Ja. Weil es dann immer automatisch schlägt. Ja. So. Ich stelle mich schon mal bereit um zu schießen. Weil da kommen jetzt vielleicht auch welche. Okay. Viele. Aaaaaaah. Ja. Da sind wir die Kacke mit dieser Brücke hier. Ja. Ach du fällst selber rein. und zu schießen. Ich bin nicht im Vieh gewungen. So. Boah. Kommt immer wer? Ja ja. Ah ja. Das fällt auch länger auf. Kommt nicht unendlich. So, siehst du? Die Tür auf. Aber irgendwie kam man da noch mal hoch, damit man das Miniket-Teil bekommt. Ja. Nein, nein. Da geht man nur rein und das ist dann Ende. Ach so. Oh. Alter. Bazooka! Ja, ja. Okay, wie ich starte? Ah, danke für die Stocker-Karte. Yeah, das ist ein Hebel. Die, die den Hebel nicht zieht. Ich spüre etwas. Luke braucht uns. Da ist er. Luke, Luke, Luke? Öffne die Luke. Ja, okay, Luke. Was? Äh. Das war er dann. Gerade in letzter Sekunde. Ja. Letzte Sekunde. Ja. Zufällig sind wir gerade da vorbei gekommen. Nee. Sie ist ja... Sie kennen sich ja. Superstory freigeschaltet? Ja, Superstory. Was ist Superstory? Die Superstory ist, da spielt man die gesamte Episode in einem durch. Ach so. Das muss man aber in einer gewissen Zeit schaffen. Aber man muss ja ja nicht zeigen, ne? Nee. Das schaffen wir ja auch nicht. Weil du ja immer zu... Du ja immer so brutal vorbrechst und dann stimm ich still. Das machen wir ja nicht in der Zeit. Nee. Warum wäre echt nicht so zweit? Nee. Das wäre zu hoch, finde ich dann. So. Abspannen. Der ist auch mal derselbe, oder? Oder ist mal ein anderer? Das Raumschiff da? Nee. Das ist auch mal derselbe. Nee, nee. Ah. Da ist ein Roboter. Ja, aber ich kann ihn... Ich komme gleich und schieße ihn bereits bei. Ja, wie immer. Ja. Ah, jetzt habe ich wieder eine Roboterhand. Keine Sorge, wir retten ihn. Ja. Ist ja traurig, weil Han entführt wurde. Und du dich erinnerst. Ja. Ja, du kannst den Sitz erstmal tief vor sich stellen. Ist das die Erde? Sieht so aus? Nee, ich glaube, das ist Alderaan. Ich bin hier aber auch nicht sicher. Okay. Ach nee, Quatsch. Alderaan ist das nicht. Irgendein Planet, was weiß ich. Alderaan wird jetzt zerstört. Ja, Diminu. Zwei. Trägerlas. Tails. Direkta. Schockwarten. Liedprogramme. Wollen wir das nicht am Ende erst durchlaufen lassen? Und Skizze. Ja. Und ich kann auch nicht so schnell lesen. Ja, wir sind bei 29,4%. Einmal schwäle. Obwohl wir schon alle Kapitel durchgespielt haben, bis auf das sechste. Das ist schon heftig, dass man erstmal so wenig dann ist. Ja. Wie viel Zeit? Die Zeit ist 35. Oh, Alter. Wir verabschieden uns. Bis dahin. Und mich zu sch... Hast du dich jetzt mal um mich zu schlagen, du blöde? Okay, wir verabschieden uns. Kaiser ist gerade gestorben. Komm her. 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 Komm her, du. Komm her, du. Bis dahin. Tschüss. Komm her, du.